feucht fröhlich geht es weiter hier im verdauungstrakt des dinos hier bei joe and mac und ja es war ja schon in der vorigen folge recht aufregend in dieser wird wohl nicht entspannter werden deswegen schon mal als tipp für euch ein bisschen die lautstärke runterdrehen und so gut wie möglich versuchen über das rumpelstil zu schmunzeln welches ich darstelle viel spaß trotzdem das war schnell reagiert dieser finale dreckslevel ich hoffe ich schaffe den was rollt ihr denn hier rum kann mich nicht erinnern dass das im original so war dass hier noch die steinzeit menschen rumgerollt sind ich mach mal so ja weil immer wenn du irgendwie da hat das jetzt den vorteil dass die dinger hier so rumrollen wenn da nämlich der nächste kommt dann rollt er da gleich rein oh gott scheiße von allen seiten wie feige seid ihr eigentlich ihr biester mann scheiße das war hinterhältig da komme ich ja gar nicht hoch hätte ich wieder einen benutzen müssen egal habe ja das rad so ist ja nicht wo wollt ihr denn hin also wenn zwei räder unterwegs sind kann ich tatsächlich kein einziges mehr werfen fast gepiext ist ja fast wie so ein ah mann scheiß penner ey wie kann der denn hier so rumrollen ist noch ein ah super oh ja das das tut gut ehrlich gesagt gerade oh ja ich habe nicht verstanden wann sie mir was geben und wann nicht aber die geben mir gerade alle was oh aber richtig alle was hast du davon dass du mich so frech attackieren wolltest aber ich bin richtig gut aufgestellt aber das ist jetzt ja gleich boss time ich würde sagen ich schalte schon mal aufs feuer oh mein letztes leben das natürlich spielen wir jetzt hier indiana jones das mit dem herz angreifen war ja nicht so gut was bist du was bist du was kannst du oh gott oh gott hilfe ein teufelchen ah er wirft audrey's ah shit shit was das denn oh man das ist so lahmarschig man bewegt dich hier alter das kann doch nicht wahr sein ey dieser das ist eine katastrophe echt jetzt halte ich euch da in der ecke oh man das trifft den doch mal meine güte ey das macht mich wahnsinnig oh gott wieviel von denen kommen muss ich hier zwischendurch ah ich idiot zwischendurch mal da treffen ich rolle jetzt hier mal ein bisschen was raus mit einem nach oben es bringt nichts ich kann das über mir nicht treffen okay das war tatsächlich die phase ist ja unglaublich dann hätte ich jetzt freundlicherweise gern mal ein steak haha was wird er tun was wird er tun ah ah natürlich man sah niedlich aus oh ja ihr seid wirklich zu zweit ah oh gott mein koop buddy hat er imitiert wie fies ach komm schon so jetzt piekst er da auf das herz rauf oh ah ah nein ich wollte dich so hoch ach man wenn man es nicht will ja ist doch scheiße warte nur den machen okay gerade ist er easy ah jetzt teilt er sich wieder auf jetzt stachelt er den einen an der wird dann zum Joe oder Mac oder ich weiß nicht was ah das ist ein bisschen sehr schnell alles hier oh gott ah haha erwischt okay okay da lässt er sich ein paar mal treffen ah ach man nein ach das hätte ich sowieso nicht geschafft so eine scheiße echt ach das ist sowas wie ein continue hier oder was ja komm das muss ich jetzt auch noch schaffen ach das ganze level nochmal ach nö ah und ich hab keine Waffe keine einzige Waffe ach nein achso ich krieg hier alle man dieser scheiß Blitz braucht doch echt kein Mensch vor allen Dingen ach das ist doch dumm ey wie komm ich denn an dieses Steak ran das ist doch richtig dumm vor allen Dingen hier gibt es ja auch eins also relativ unnötig obwohl ein Steak macht ja nicht voll ach jetzt kommt wieder diese ganze Geschichte oder nee warte mal das Viech gleich mit erwischt das ist super anstrengend so und das ist offensichtlich einfacher hier äh unten zu bleiben wollte ich sagen ah man was ist denn das alter flieg doch mal nach rechts wie soll ich denn hier wie soll denn das funktionieren man äh Gott so jetzt sind sie alle da und das war's dann ja es geht doch nicht man kann ich gleich durchlaufen sorry aber das ist doch dumm ey das kostet doch nur nerven man du scheiß Typ ey gib mir wenigstens was oh scheiße oh das ist so nervig dass man hier nichts feuern kann wenn da zwei unterwegs sind ich würde mal sagen Limitierung der damaligen Konsolen oh jetzt der wieder ist ja ätzend na gut hat ja beim ersten Mal ungefähr funktioniert oh oh krieg sein Steinchen kaputt cool trifft eigentlich auch alles recht zuverlässig jetzt gerade dauert so sein sein Moment man warum ey das war doch unnötig ich traue mich nicht irgendwo anders hin zu gehen ich würde ja spekulieren dass man da irgendwie äh unten rechts aber ne da da macht er mich auch platt naja es klappt schon obwohl ich hab echt nicht mehr viel ne ah ah scheiße man kacke ey du kannst einfach nicht mehr reagieren ah ich bin schon gesprungen das ist doch kacke ist so das ey woher weiß man wann man mal nicht springen kann kann natürlich auch warten bis er einfach ah bis er einfach hier mal abtaucht mit dem Kopf vielleicht ist das ah ach so ne scheiße ey man oh Gott ja und er greift mich wieder von hinten an das ist ja nicht zu fassen na komm sei nicht feige ach man warum geht denn das nicht okay egal er ist tot ich hab nicht mehr viel Leben es ist furchtbar so komm schon ja tschüss das mit dem Rad vorher war eigentlich ganz gut wenn die frech werden ne zumindest sind sie auch mit einem Treffer weg dann oh was soll denn das jetzt oh die geben mir nichts ach meine Güte ey irgendwie muss ich doch anfangen meine meine Fresse die kommen hier runter und ich bin gleich getroffen was soll denn die scheiße ist doch wohl nicht wahr oh kommt her ihr Pisser jetzt geben sie mir nichts mehr ist ja unglaublich wow was hab ich getan damit ich nichts mehr bekomme so viel so viel Herzen hab ich nicht der wieder ey das hätte ich so wissen können ne scheiße ey okay jetzt gibt's wieder ein bisschen was oh man oh man oh man okay dann gab's das erst zum Ende hin war das so okay sieht gut aus also für den Boss wird man vorbereitet jetzt kann man sich überlegen was nehmen wir ehrlich gesagt erstmal den Boomerang für die erste Phase ah so wo kam er runter ich weiß gar nicht mehr wobei so kann man ja auch den Boomerang nehmen fällt mir gerade ein dann muss man da nicht die ganze Zeit hoch okay jetzt ist er erstmal weg jetzt kam die Bieste von der Decke runter ach der ist jetzt nicht so stark der ah man nein nicht hier hin man hau ab ah scheiße ach man wie soll ich denn das schaffen scheiße ach man ja da kam ja auch immer Nachschub würdet ihr mal freuen oh nein nein ey wie soll ich denn hier wegkommen okay was ist das denn jetzt ach das ist doch scheiße das ist doch kein bisschen besser als beim ersten Mal man so jetzt bin ich in einer guten Position ach du Kacke oh nein 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 ah der müsste sich zu mir umdrehen oder nein dreh dich um der hüpft da lang okay ich mach einfach so jetzt sind sie beide gut aha okay sehr gut sehr gut sehr gut wie viel musste man denn überstehen sechs insgesamt aha okay super die Position ist gut ja nach wie vor gut 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 hey das war ein bisschen frech von ihm gerade sterbt 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 oh wie ewig dauert das jetzt habe ich natürlich den bummerer aber er ist zumindest sicher der ist nicht stark aber sicher erst mal gucken was er hier macht ja voll in den arsch ja zumindest dürfte ihm das doch gut was abziehen was macht er jetzt ach so das hilft ja hilft ja nichts half ja nichts da muss man sich wegrollen oder so ich habe keine ahnung ach die geschichte das war jetzt nicht so schlimm nein ich wollte nicht rollen man alter diese steuerung ach man ey verdammte scheiße noch mal wieder gleich tot hauptsache er hauptsache er dann auch immerhin habe ich Feuer mach dir Feuer unter dem Arsch oh nein oh nein oh nein ah schon einmal erwischt oh ja das war zum Glück nichts schlimmeres passiert was macht er jetzt nein 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 oh Gott das war unfreiwillig so weggerollt ey komm jetzt habe ich ihn doch echt schon ein paar mal getroffen hä was oh no oh no ein Mal schon getroffen ja zweimal getroffen okay zweimal Feuer äh macht ihn da kaputt ah nein 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 scheiße komm jetzt stirb endlich ah Arschloch ahaha puh was jetzt wieder so ein Troll Trollboss oh Gott nein oh no ja super ja super ah ah oh wer wirft Feuer okay zweimal ach ich wollte nicht hoch wann kann ich ihn überhaupt mal treffen ah was 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 machen die denn oh Gott ah ah mitten in ihm drin meine Güte was für ein Scheiß ey ah oh man gerade wo ich mich in Position bringen wollte so ein Penner ey ah muss mal ein bisschen treffen ey so was macht er mit dem der kommt ach so nein ich wollte nicht okay man kann ihn immer nur treffen wenn er gerade nicht blinkt ist klar oh oh wow was was hat das denn noch gemacht gerade okay jetzt die Dinger wieder er blinkt die ganze Zeit ich konnte ihn treffen oh man ey es ist so nervig okay gleiches Muster ah ey so schnell kannst du nicht weg Mann so was war das das ging hier zur Seite okay eigentlich alles gar nicht so schwer aber wenn man so eine lahmarschige Spielfigur hat ja oh Mann er scheint in dir drin was sollst du machen du kommst ja gar nicht weg man ist hier alles andere als schnell äh äh endbar schlechte Waffe ich weiß okay eigentlich auch alles echt cool gemacht als Bossphase und die Animation ist auch voll süß wie er so getroffen wird ah nur durchhalten okay da kann ich ihn noch nicht treffen hä hallo so das ist doch scheiße Mann das ist doch richtig dreckig ey okay ich darf nicht in der Mitte stehen das ist es einfach darf nicht in der Mitte stehen er hat mich schon zweimal damit reingelegt dass er genau da kam oh oh Gott oh Mann ey da wäre auch wieder nicht in der Mitte stehen gut gewesen so eine Scheiße echt oh Alter hat der mich wieder mit dieser Scheiße gekriegt aber von unten kannst du ihn halt am besten treffen deshalb stehst du gerne immer in der Mitte da war noch einer unterwegs der ihn getroffen hat ah klar fängt er an zu blinken oh hi 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 ich glaube immer wenn er so schmerzhaft getroffen ist dann kommt auch er wieder ah dann kommt wieder ein Balken weg aber ich sehe keine Balken bei ihm gerade das ist das Problem okay nein 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 ah diese Animation ah okay jetzt kommt die Geschichte wieder was können wir denn mal nehmen mal Feuer nehmen oder ich will ihm ja nach wie vor Feuer unter dem Hintern machen ach komm ey so getroffen ich sag mal getroffen mach ich es überhaupt richtig man muss ich wirklich dieses Herz hier treffen nee ich kann dieses Herz nicht treffen oh den habe ich getroffen ah fah oh das war hätte auch schief gehen können was macht er jetzt okay die Nummer einmal getroffen fah nein das ging nicht schnell genug hehehe ja hau ab ja ah das war nicht gut oh ne da ist jetzt das Feuer natürlich auch oh zu langsam okay hab ihn getroffen nein nicht getroffen so hihihi das war knapp das war Feuer gegen Feuer Mann das zieht sich ja ewig und ich hab nur noch ein halbes Herz Hilfe wie lange soll das alles dauern ich bin gleich tot Toll ja das war's was das war's nicht oh verarsch mich doch hehehe dieser Penner pfff ey wie viel hält der denn aus mach doch jetzt schon mit Feuer pfff oh mein Gott war's das jetzt endlich hohoho pfff ja das war's jetzt endlich uff lauf ich oder nein sie stehen okay kein besonders beweglicher Abspann außer da oben mal sehen was noch kommt ja das war jetzt erstmal Joe & Mac auf dem Super NES 3 Folgen wenn ich richtig mitgezählt habe und ob ich noch eine extra Folge mache weiß ich jetzt gar nicht ich guck mir das mal an wir hatten ja im Grunde die Bonus Levels was soll da noch kommen also wenn's jetzt nicht noch hui kommt die Frauen eigentlich wieder wenn's jetzt ach die ja die kenn ich auch noch aus dem Arcade Original ja das passt doch mal zum Pride Month obwohl wenn ich das ausstrahle ist nicht mehr der Pride Month dann sind die bunten Farben vorbei egal ähm ja also eigentlich wirklich ganz cool und dafür dass ich auch von Super NES Spielen nicht so viel gehalten habe damals finde ich es eigentlich ganz genießbar auch wenn ich jetzt hier streckenweise am fluchen war aber die Spiele damals mussten ja schwer sein weil sie kurz waren ne und das Ding ist immer noch tausendmal machbarer als das Arcade Original ich hab's jetzt hier oh mir wird gratuliert wie schön ich hab's jetzt hier mit ähm ja den regulären Continues geschafft obwohl ich glaube ich zwei davon nehmen musste also so sechs bis neun Leben hab ich dann schon verballert aber auf Anhieb alles geschafft nochmal Start drücken oder so damit es hier weg geht so noch ein bisschen durchlaufen lassen aber ich war eigentlich schon fertig wo sind die beiden eigentlich trauen die sich nicht mehr raus da sind sie ja und äh genau dann guck ich mal ob ich noch äh Bonus Stage mäßig irgendwas zusammenschneide ich glaube jetzt eher nicht und apropos zusammenschneiden ich ähm ja wie gesagt ich spreche hier von drei Folgen ich glaube ich hab die eine hier gesplittet die ist jetzt ein bisschen lang also nicht wundern dass da zwischendurch mal keine Anmod kam oder vielleicht kam eine weiß ich noch nicht ob ich mir die Mühe gemacht hab aber wenn ich's schon schneide kann ich auch das noch machen ja gut ähm ich sage danke fürs Einschalten und gucken wir mal ob es noch mehr Teile von Joe & Mac auf dem Super NES gab oder vielleicht sogar ein Joe & Mac auf dem Mega Drive das hab ich ja damals schon gemutmaßt als ich das Ding Arcade mäßig im Stream hatte lassen wir uns überraschen und vielleicht sehen wir uns da wieder liebe Leute für heute war's das bis zum letzten Boss durchgestruggled und jetzt bin ich fix und fertig also bis zum nächsten Mal irgendwo tschüss bis zum nächsten Mal